Hallo und herzlich Willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg. Ja, und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. F wie Fürsorge statt Meckern, Strategien für mehr Selbstliebe im Alltag. Im zweiten Teil dieser Serie tausche ich mich mit Bloggerin Daniela Geig, bekannt als die kleine Botin, über konkrete Strategien aus, die du im Alltag anwenden kannst, um dein Bedürfnis zum Beispiel nach Liebe, Annahme, Leichtigkeit, Abgrenzung und Kooperation zu erfüllen. Im ersten Teil, den findest du in Folge 26, erklären wir, was Meckern eigentlich ist, was das bei Erwachsenen und bei Kindern auslösen kann und wir erläutern die möglichen Ursachen von Meckern. Folge 26 ist also die Grundlage für diese Folge. Das Ziel beider Folgen, ein Weg raus aus der Meckerspirale und rein in eine friedvolle Elternschaft. Diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Das ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Das sind neuste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag. Und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch. Und du kannst es im Prinzip überall hören. Unterwegs, beim Sport, auf Reisen, im Haushalt, wo immer du gerade bist, gibt es was auf die Ohren. Und ja, jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel dazu. Ich persönlich finde es super klasse und freue mich, dass Blinkist erneut exklusiv für dich, also für meine Podcast-Hörer, einen Rabattcode organisiert hat. Was genau, verrate ich dir am Ende dieser Folge. Da verrate ich dir auch, welche Blinks ich gerade höre. Und wir packen noch einen obendrauf. Am Ende der Folge haben Daniela und ich noch eine Überraschung für dich. Ja, du möchtest mich bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich mit der GfK zu erreichen, unterstützen, dich bei mir für meine kostenfreien Impulse bedanken oder mir deine Wertschätzung ausdrücken, dann schnapp dir ein Apple-Gerät, lad dir die Apple-Podcast-App runter und abonniere meinen Podcast Familie Verstehen. Gib mir fünf Sterne und hinterlass gerne eine Rezension. Damit hilfst du mir wirklich unglaublich in die Sichtbarkeit zu kommen. Das geht bedauerlicherweise nur bei iTunes. Ich freue mich über jede Unterstützung wie ein Keks und sage von Herzen danke, falls du bereit bist, das zu tun. Und ja, freue mich auf dich. Und jetzt geht's erstmal los mit Folge 29. 20f, wie Fürsorge statt meckern, Strategien für mehr Selbstliebe im Alltag, Teil 2. Ich wünsche dir viele Impulse. Auf geht's. Juhu, juhu, wochen später oder neue Folge und wir sitzen immer noch im gleichen Hotelzimmer, immer noch auf der Bettkante. In Wien. Ja, hallo Daniela. Hallo. Ja, wir haben mittlerweile schon ein bisschen Augenränder, es ist ein bisschen später. Wer die Folge, die erste Folge mit Daniela nicht gehört hat, der hört bitte gerne rein. Es ist Teil 1 von F, wie Fürsorge statt meckern, Strategien für mehr Selbstliebe im Alltag. Und wir sprechen heute wirklich ganz konkret über Strategien. Und deswegen würde ich gerne als erstes, auch das ist mir wieder ein innerliches Anliegen, klären, was sind Strategien überhaupt? Manche Menschen verstehen das Wort erst gar nicht. Und Strategien sind im Sinne der gewaltfreien Kommunikation Dinge, die du tust, um ein Bedürfnis zu befriedigen, so machbar wie möglich, so konkret wie möglich und positiv formuliert. Bist du damit konform? Ja, damit bin ich konform. Das klingt schon recht anspruchsvoll. Naja, wir wollen ja auch was erreichen, ne? Ja, ja. Nämlich, als eben noch der rote Button nicht gedrückt war, haben wir nochmal kurz gesprochen, wohin wir eigentlich wollen. Wir wollen dahin, Daniela, dass wir uns so um uns kümmern, dass wir gar nicht mehr so viel zu meckern brauchen. Genau, weil das ist nämlich so ein bisschen das Ganze von etwas Entfernung aus betrachtet. Das ist ja so, wenn wir es schaffen, uns selber so weit zu hören und wahrzunehmen und diese Bedürfnisse so für uns selber zu klären und rauszufinden, dann braucht man eigentlich nicht mehr schimpfen. Eigentlich nicht mehr, ne. Es gibt vielleicht immer nochmal die ein oder andere Situation, wo wir ganz schnell zack in einem unerfüllten Bedürfnis sind, was uns einfach vorher nicht bewusst war. Nein, wir sind ja auch keine Genies. Dann ja, nur es wird immens weniger. Ja. Ich schimpfe dann über Dinge, die jetzt nicht so emotional gesteuert sind, sondern über so Dinge, die das Leben einfach über mich hereinbrechen lässt. Machen wir ein Beispiel. Ja, ein Kunde zahlt fünf Monate seine Arbeit. Na, der spinnt ja wohl. Ja, wirklich. Ach so. Da muss ich dann schon auch laut und wortstark meinem Ärger Luft machen. Nur du hast ja mit deinem Kind gerade nichts zu tun. Genau, das hat jetzt mit dem Kind nichts zu tun, fällt aber irgendwie auch in diese Schublade schimpfen und ich muss meinen... Du, ich bin ja auch ein Riesenfan, dass der Wolf, der darf mal raus. Ja, klar. Wir haben ihn ja in unserem ersten Teil schon erwähnt, der Wolf in der GfK, der darf raus. Ja. Nur, wir haben schon auch eine Verantwortung für die Auswirkungen unseres Handels. Ja, das sollte halt niemand zerflaschen. So. Ne, und wenn wir da ein Kind haben und die Giftpfeile von oben spritzen, dann bitte kümmere dich um dich. Und genau, meine eigenen Unzulänglichkeiten oder meine Unzufriedenheiten auf jemanden anderen zu kanalisieren, das ist halt die Problematik. Und die gilt es zu vermeiden. So. Und da wollen wir heute hin. Und zwar so machbar wie möglich, so konkret wie möglich und positiv formuliert. Das ist ja easy peasy, oder? Easy peasy. Gib mal ein Beispiel. Ja, ja. Moment. Ich konzentriere mich mal kurz. Die warten alle darauf. Ja, ja. Sie sitzen schon so. Das sind in der gewaltfreien Kommunikation die sogenannten Handlungsbitten. Das sind die Strategien, wo du etwas machst, um Bedürfnisse zu erfüllen. Und es sei gesagt, es gibt Abermillionen Strategien. Die können wir heute nicht alle nennen. Sondern wir werden heute Impulse geben, Beispiele nennen und ich lade herzlich dazu ein, dass jeder Hörer, Hörerin daraus sich seine eigene Strategie bastelt. Und Strategien haben wirklich ganz viel auch mit Kreativität zu tun, weil es ist so wichtig, dass es deine Strategie ist, dass sie dir hilft. Es kann zum Beispiel sein, dass dir was hilft, wo ich denke, ja sag mal, geht's eigentlich noch? So würde ich das ja nie machen und ich mache was, wo du sagst, ja, geht's noch? Und dann haben wir wieder eine Strategie, die sehr ähnlich ist. So entstehen übrigens auch Konflikte, wenn die Strategien sehr unterschiedlich sind. Anderes Thema. Ah ja, Daniela fängt an zu denken. Das heißt, wir werden Strategien jetzt nennen und du guckst einfach mal, was du für dich daraus mitnehmen kannst. Vielleicht ist ja die eine oder andere sogar dein Deckel auf deinen Topf und vielleicht sagst du, ah, der Deckel ist ganz schön, nur ich werde ihn noch ein bisschen anpassen. Und ich habe mir ein paar Bedürfnisse rausgesucht, über die ich heute mit dir dann wieder sprechen möchte. Und das kam bei unserem ersten Gespräch so raus, am Ende die Unterstützung. Also viele Eltern, wir haben über den Schlafmangel gesprochen, über das Essen, eben über die Ernährung. Viele Eltern, viele Mamas essen im ersten Jahr einfach die ganze Zeit kalt, weil immer, wenn das Essen auf dem Tisch steht, fängt das Kind an zu quäken und möchte gestillt werden. So kann das denn sein? Das ist ja so ein bisschen dieser Teufelskreislauf. Und vielen Eltern fehlt einfach die Unterstützung. Und dann heißt es so, ja, aber ich habe die Eltern nicht in der Nähe. Ja, so geht es mir auch. Oder vielen. Weil oft zieht man halt einfach woanders hin und nutzt so den Drive des Lebens, um woanders dann so sesshaft zu werden und eine Familie zu gründen. Man muss sich halt wirklich selber in die Verantwortung nehmen und sich rechtzeitig darum kümmern. Weil das Familiengefüge, das wird ja quasi als solches geboren. Man ist ja, man kriegt ja nicht nur ein Kind, man kriegt ja eine Familie. Man darf seinen Platz neu finden, mit jedem Kind wieder. Und das macht es natürlich nicht einfacher, aber es bringt viele Chancen, finde ich. Weil wenn man erkennt, dass alle Nachbarn potenziell Omas oder Tanten oder Onkel und Opas sind, dann eröffnet das ganz andere Möglichkeiten. Und ich bin ja bei diesen Strategien oft so dieses, viele denken so, ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Thema Unterstützung, habe ich auch oft in Beratung. Ja, meine Eltern leben nicht hier oder und so weiter. Aber ich sage, geht nicht, gibt es bei mir nicht. Wir finden für jedes Bedürfnis eine Strategie für dich. Ich möchte, also und da ist, ja, das heißt natürlich, wenn ich unerfüllte Bedürfnisse habe, habe ich Arbeit. Weil es braucht, Bedürfnisse sind Tu-Wörter, die wollen erfüllt werden. Dafür braucht es ein Handeln. Das heißt, wenn ich jetzt da sitze und sage, ich brauche Unterstützung wegen Schlaf oder im Alltag jetzt mit meinem Baby und so weiter, werdet kreativ und du hast da ja eine ganz eigene Geschichte. Wie habt ihr das denn geregelt? Ja, bei mir war es so, dass ich zwar schon viele Jahre vor den Kindern in die Kleinstadt gezogen bin, aber dort quasi kein soziales Netzwerk hatte, weil ich immer arbeiten war in Wien, beziehungsweise auch mein Freundeskreis sich in Wien befunden hat und ich sozusagen nur zum Schlafen nach Hause gefahren bin. Und wie ich dann Mama geworden bin, ist mir das eigentlich erst aufgefallen, weil dann bin ich nach ein paar Wochen halt dann irgendwann mit dem Kinderwagen in den Supermarkt einkaufen gefahren. Das habe ich auch nie vorher gemacht, vormittags ja, weil ich meine, da habe ich keine Zeit zum Einkaufen. Dass ich eigentlich niemanden dort kenne. Und da habe ich schon ein paar so Mamas gesehen auch, die halt auch so geschoben haben wie ich oder getragen oder was auch immer. Das war ein bisschen eine bittere Erkenntnis. Und ich habe dann angefangen, wirklich mir so ein Netzwerk auch aufzubauen, indem ich halt zu so Schwangerschaftskurs, also so Stillgruppen hat das damals geheißen, gegangen bin. Ja, aber hast du da Leute gefunden? Nein, nicht im Ersten. Nein, also das hat schon ein bisschen gedauert und ich habe dann ein paar Sachen probiert, wo ich dann ziemlich schnell draufgekommen bin, das war nicht meine Umgebung. Aber oft auch über Empfehlung der Gruppenleiterin dann im weiteren Gespräch und so. Ich habe übrigens bei meinem ersten Kind, habe ich welche gefunden in den Gruppen, bei meinem zweiten Kind gar nicht. Ja, beim zweiten bin ich auch nirgends mehr hingegangen in die Gruppe. Da bin ich auch viel weniger gegangen, das stimmt. Aber so ist es im Endeffekt auch zu meinem Blog damals gekommen. Und über dieses, ich habe mich dann auch mit, ich habe mich dann verabredet mit Mamas über Twitter, das war das erste soziale Netzwerk, das ich damals bespielt habe, über so geheime Gruppen, weil über den großen öffentlichen Account wollten wir das auch nicht besprechen, all die Sachen. Und dann waren da, ich weiß es nicht mehr, fünf oder sieben so fixe Mamas, mit denen wir uns immer wieder getroffen haben in Wien. Also ich habe zum Beispiel oft nach so einem Kurs, mal gucken, wie es morgen, übermorgen hier in Wien läuft, dass die Teilnehmer untereinander WhatsApp-Gruppen gründen, so um sich auszutauschen. Viel ist es ja, ich meine, einmal geht es um Unterstützung, zu gucken, haben wir vielleicht gleiche Wege, kann jemand mal mein Kind nehmen oder gehst du mal zwei Runden, zwei Stunden spazieren, ich kann schlafen. Das sowieso, ja, aber das löst man, glaube ich, wirklich in der näheren Umgebung einfacher, wenn man sich darum bemüht, Kontakte auch zu knüpfen. Worum es mir gegangen ist, war auch der Austausch. Der Austausch, der ist auch vielen so wichtig. Weil mich hat es nicht gestört, das Kind oder später beide Kinder zusammenzupacken und mitzunehmen. Also es ist auch Typsache und wie halt die Bedingungen sind, ja. Mich hat das nie gestört, alles einzupacken und wohin zu fahren. Aber ich wollte den Austausch miteinander. Weil wir haben alle die gleichen Sorgen und Ängste und Nöte und Herausforderungen. Und wir haben auch die gleichen Freuden. Wenn die die ersten Zähnchen kriegen und das erste Mal aufstehen, dann freut man sich gemeinsam. Das ist schon eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen immer wieder. Und das war für mich das Wichtigste. Und ich meine, es gibt für alles eine Lösung. Es gibt zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin alleinerziehend. Das ist natürlich noch schwieriger. Nur, also viel auch mal gucken, was ist denn in der Nachbarschaft eigentlich los? Hast du eben schon erwähnt. Dann gibt es tatsächlich auch Leute, die anbieten, nachts das Kind zu betreuen. Ich rede jetzt nicht davon, dass man einfach, weil man einfach immer schlafen möchte, eine Nachtnanny beauftragt. Nur, ich sage mal, wenn ich wirklich die Not habe und mein Bedürfnis nach Schlaf monatelang unerfüllt ist, ich werde zu einem unzulänglich, also ich bin, ja, ist so. Und davon hat das Kind ja gar nichts. Und sich dann hinzustellen und sagen, ja, ich habe halt niemanden. Ich bin mir ganz sicher, du wirst jemanden finden. Suche, bitte, suche. Kümmere dich um dich. Ja, das ist so, wie dass man zum Arzt geht, wenn man irgendwelche schlimmen körperlichen Schmerzen oder Erscheinungen hat. Das ist so. Ja, erst dann. Ich wollte ja ursprünglich das Wort nicht verwenden, aber das ist so Selbstfürsorge eben in der Basis. Wir hatten uns am Anfang des Interviews geschworen, dass wir das Wort nicht nennen, Selbstfürsorge. Aber es ist gefallen. Das ist die Basis, weil wenn wir vergessen, auf uns in der Basis zu schauen und die Grundbedürfnisse nicht abdecken, dann ist es echt schwer, da irgendwas Sinnvolles weiterzugeben. Und ganz oft stelle ich fest in der Beratung oder gerade in den Kursen immer so, ja, aber. Und diese ja, aber Schleife, da kriege ich ja die Nackenhaare. Weil du wirst immer, wenn du willst, findest du immer ein Argument dagegen. Ja, aber das ist zu teuer. Ja, aber da ist niemand. Ja, aber das kann ich doch nicht einfach, oder was weiß ich, ja. Ja, ich muss ja die Linda zitieren, die sagt immer, wer will, findet Wege. Danke, Linda, Linda, danke, genau so. Ja, Punkt aus, Sense, Folge zu Ende. Ja, es ist so. Und deswegen möchte ich animieren, bitte, wenn ihr ein unerfülltes Bedürfnis habt und wenn ihr meckert, habt ihr unerfüllte Bedürfnisse, ja, kriegt den Arsch hoch und findet Lösungen, dass ihr euch um euch kümmert. Und das ist nun mal diese fucking Selbstfürsorge. Es ist nun mal so, Daniela. Das ist ja gemeint mit Selbstfürsorge. Und damit ist nicht gemeint, ich streiche mir mal so ein bisschen irgendwie mein Köpfchen alle drei Tage. Sondern das hat was, das ist ein Arsch voll Arbeit. Ja, nämlich im Kleinen und im Täglichen. Ja, genau. Und da kommen wir dann zur täglichen Routine. Die werden wir jetzt gleich noch öfter erwähnen. Lass uns doch mal das Bedürfnis Abgrenzung nehmen. Viele Eltern, gerade Mütter scheinen dazu zu neigen, so, es soll ja allen gut gehen, harmoniebedürftig bis ins Letzte. Bis zur Selbstauflösung. Ja, so, und da sind wir dann gar nicht mehr bei der Selbstfürsorge. Und ihr habt im Buch eine Strategie, die mir sehr gut gefällt. Magst du die vielleicht mal vorstellen zur Abgrenzung? Der Kühlschrank, die drei Fragen. Moment, bitte, jetzt kommt die Pausenmusik. Wir sind hier und zwar sind es die drei Fragen. In unserem Buch stehen so viele Impulse drin, dass ich leider die von Seite 54 nicht mehr auswendig am Schirm hatte. Bitte. Am besten hängst du dir zum Beispiel in der Küche einen Zettel mit diesen drei Fragen auf und ergänzt laufend, wenn dir etwas Neues auffällt. Moment, Moment. Und jetzt, Daniela, lies die drei Fragen jetzt vor. Falls du sie notieren möchtest, drück zwischendurch bitte auf Pause. Also, erstens. Erstens. Was tue ich, was ich auch tun will? Zweitens. Was tue ich, obwohl ich es nicht tun will? Drittens. Was tue ich nicht, obwohl ich es tun will? Aha. Und da kommen dann nämlich Antworten raus. Und am Ende tust du bitte nur das, was du tun willst. Korrekt? Ja, das klingt so einfach. Ja, das ist super. Ich bin mir sicher, da kann man Roman drüber schreiben. Ja, ganz sicher, ganz sicher. Also, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mal Abstand, dich abzugrenzen, kümmere dich drum. Das ist eine mögliche Strategie, dir zum Beispiel das irgendwo hinzuhängen, ob es der Kühlschrank ist, der Spiegel an der Tür oder so weiter. Du kannst es auch als Impuls nehmen und dir diese drei Fragen am Ende des Tages stellen. Einfach mal einige Zeit lang. Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee, weil ich finde, man braucht irgendwie so einen Abschluss vom Alltag. Also, für mich ist es so ein, ich gehe duschen, das ist immer das Allerletzte. Du duschst abends? Ich dusch abends. Das ist ja verrückt. Ich würde im Leben nicht abends. Nein, das sind wir uns definitiv nicht abends. Ich werde morgens nicht nass. Beschlossene Sache. Ja, habe ich verstanden. So ein Ritual, wie es zum eigenen Leben eben was zurechtlegen und zu sagen, am Abend denke ich über den einzelnen Tag nach, weil ich glaube, da wird es dann recht klar. So, und das kannst du ja, also wenn ich das Bedürfnis nach Abgrenzung habe, würden dir diese drei Fragen zum Beispiel helfen und das hat auch was mit Selbsthygiene zu tun. Wir haben ja im ersten Teil über das Meckern und Schimpfen gesprochen. Wenn du den Entschluss getroffen hast, das zu reduzieren, wäre das jetzt, wenn dein Bedürfnis unerfüllt ist nach Abgrenzung, eine Möglichkeit, ob das der Kühlschrank ist, der Spiegel oder dein Abendritual. Wenn du jetzt zum Beispiel das Bedürfnis hast, nach mehr Dankbarkeit in deinem Leben, ja, also es geht dann immer so los, die Brücke, der Papa erwartet, dass die Kinder dankbarer sind. Sag ich, Moment, wir spulen nochmal zurück. Die Dankbarkeit fängt bei dir an. Wofür bist du denn dankbar? Auch das kannst du abends machen. Ja, kannst auch sagen, ich schreibe drei Dinge auf, für die ich heute dankbar bin, die ich gemacht habe. So, oder es ist das Feiern und Bedauern-Ritual. Also du kannst ja abends, um den Tag abzurunden, wirklich nimm dir mal das passende, die passende Strategie als Abendritual für dein bestimmtes Bedürfnis. Ich finde, das kann mir auch dann, das Dankbarkeitsritual gefällt mir sehr gut, weil ich habe das in Form eines Glases. Ich mache das jetzt in der Zwischenzeit mit den Kindern gemeinsam, wir machen es einmal in der Woche. Und am Ende des Jahres? Am Ende des Jahres haben wir ein Glas voller unglaublicher Erlebnisse, Dinge, Sachen, die sich so zugetragen haben, ganz unterschiedlich. Es ist auch nicht immer materiell natürlich, aber bei kleinen Kindern eher schon noch, aber da kommt dann ganz viel, wofür wir dankbar sind. Oh, du, das nehme ich jetzt, weil ich mache das seit Jahren mit mir selber und ich habe auf meiner Fensterbank, habe ich so einen riesen Glas Bottich stehen, der mir sehr gefällt, habe ich extra besorgt. Schön, es ist ja auch wichtig, dass das alles Freude macht, sonst machst du es ja nicht. Und ich feiere da jede Woche eine Sache aus der Woche. Warum habe ich das bisher alleine gemacht? Danke, Daniela, das nehme ich mit auf. Das werde ich jetzt in die Familie übertragen. Dann haben wir dieses Bedürfnis nach Leichtigkeit. Nehmen wir mal nur das Thema, was ja oft kommt, morgens das Anziehen. Das hat nichts mit Leichtigkeit zu tun. Bei vielen nicht. Und dann kommt in der Beratung gerne mal ein Bedürfnis raus nach Leichtigkeit. Es gibt dann auch noch andere unerfüllte Bedürfnisse. Nehmen wir nur mal das. Das ist das Gleiche wie mit der Dankbarkeit. Und solange ich selber nicht mit Leichtigkeit da reingehe in die Situation, kann ich auch nicht davon ausgehen, dass irgendjemand anders das macht. Also wenn ich schon wutschnaubend oder morgens aufstehe und sage, das klappt ja heute eh wieder nicht. Schon wieder die Schein, schon wieder zehn Minuten später. Wenn ich so meckernd aufstehe und in die Sache reingehe, dann habe ich von Leichtigkeit wenig am Start. Und da hat mir so gut gefallen, und das mache ich in der Beratung ganz oft, dass ihr auch über Glaubenssätze gesprochen habt in dem Buch. Und ich glaube, dass das ein Ritual ist, was gerade zum Beispiel bei dem Bedürfnis nach Leichtigkeit sehr helfen kann. Und jetzt ist nur die Frage, wir können jetzt natürlich Glaubenssätze raushauen hier. Nur wir wissen beide, dass so ein Glaubenssatz eben auch nicht einfach übergestülpt werden kann. Du hast, glaube ich, auch selber schon Prozesse durchgemacht. Ja, das ist ein Prozess, den ich sehr unterschätzt habe. Also ich persönlich habe ja mich im Vorfeld nicht mit der, muss ich ehrlich gestehen, nicht damit beschäftigt, wie komme ich zu einem neuen Glaubenssatz. Also mir war schon bewusst, was sind Glaubenssätze auch so in Ansätzen bewusst, was sind Glaubenssätze, die mich bremsen und die mir jetzt irgendwie im Weg stehen. Aber wie man zu einem neuen kommt, wusste ich nicht. Und ich habe dann in der Vorbereitung auf das Buch tatsächlich so eine Prozedur mit Linda gemeinsam durchgemacht. Das hat, glaube ich, vier Stunden gedauert und es war wahnsinnig kräftezehrend. Aber am Ende hatte ich einen neuen Glaubenssatz, der mich bis heute gut begleitet. Weil man muss ja wissen, so ein Buch schreibt man ja nicht so schnell. Also das ist ja eine gewisse Zeit, die das braucht, bis es geschrieben und dann gedruckt und dann bekannt wird. Also das ist jetzt schon wieder eineinhalb Jahre her, dass wir das gemacht haben. Aber das zahlt sich jedenfalls aus und da gibt es viele Menschen, wie die Kathi und die Linda und wie sie alle heißen, die Isabel, die du schon erwähnt hast, die das auch wirklich professionell begleiten. Also das würde ich auch nicht nur mit einem Buch von Schritt 1 bis 37 oder so durchgehen, sondern ich würde das wirklich mit jemandem machen, der mir eben dann spiegelt, Impulse liefert, so weiterhilft, Schritt für Schritt, um da heranzukommen. Weil oft sind es auch Traumen, die da dahinter liegen. Da muss man schon begleitet werden. Magst du uns deinen Glaubenssatz mitteilen? Ja, ich kann auf das Thema kurz eingehen und zwar geht es bei mir darum, dass ich mir wahnsinnig schwer tue, Hilfe anzunehmen oder grundsätzlich um Hilfe zu bitten. Also das geht auch in diese Dorfrichtung, die du zuerst schon angesprochen hast. Ich versuche immer irgendwie alles selbst geregelt zu bekommen. Das ist auch eine gute Eigenschaft. Das hat natürlich Positive Zeit und Erfolg und so weiter zu tun. Also das passt schon so. Aber es steht mir natürlich auch im Weg. Und mein neuer Glaubenssatz lautet, ich darf helfen und Hilfe annehmen. Und der tut richtig gut. Mir gefällt der sehr gut. Das Dorf haben wir, glaube ich, in der ersten Folge angesprochen. Ja, also wer jetzt gerade nicht weiß, wovon wir sprechen, hört bitte den ersten Teil mit Daniela und mir. Genau, also Leichtigkeit kann man jetzt sagen. Ich gehe leicht und entspannt durchs Leben. Ich starte leicht und fröhlich in den Tag. Ich bin locker und entspannt, wie auch immer. Kannst du dir jetzt überlegen? Du kannst ja mal fühlen, wie sich das anfühlt, ob das was für dich ist. Ansonsten, wenn da mehr hinter steckt, empfehlen wir dir von Herzen, dir Hilfe zu holen. Das, was Daniela schwerfällt. Nein, ab jetzt fällt es dir ja leicht. Also dem hast du dir ganz viel Hilfe bei Linda geholt. Ja, das schon. Aber das war auch irgendwie noch eine andere Ebene. Aber so dieses Tägliche, aber das ist wirklich leichter geworden. Das freut mich. Und das sind keine großen Aktionen. Das sind die Kleinigkeiten, dass ich die Nachbarin in der übernächsten Tür bitte, ob sie meiner kleinen Tochter kurz Unterschlupf bittet, wenn die sich absolut dagegen wehrt, mit mir in den Supermarkt zu gehen am Nachmittag. Ja. Also wenn es draußen regnet oder irgendwie alles irgendwie Chaos ist oder sie schon einfach müde ist, dann darf sie sich dort auf die Couch setzen. Und damit ist mir wahnsinnig geholfen, weil ich musste dieses Ding unterbringen und ihr sowieso. Okay. Dann haben wir das Bedürfnis nach Annahme. Und da rede ich so auch von dieser Selbstannahme. Und wir haben ja im ersten Teil auch schon über die Schuld gesprochen, sich selber zu verurteilen. Und genial, eure Strategie, die ihr vorschlagt. Einerseits bin ich immer ein riesen Fan von Glaubenssätzen in dem Teil, nur ihr habt diesen Trick mit dem Gummiband. Erklär doch mal bitte. Ja, das ist auch so ein Coup von der Linda sozusagen, den sie auch wahnsinnig gern anwendet in ihren Workshops. Es geht darum, ein elastisches Armband zu tragen auf einem Handgelenk und es immer dann auf das andere Handgelenk zu wechseln, wenn einem auffällt, dass man nicht bei sich selber war. In dem Fall geht es ja um die Annahme, hast du gesagt. Da kann man natürlich unterschiedliche Bedeutungen dem zumessen. Aber die Annahme, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade überhaupt nicht bei mir, dann wechsle ich auf die andere Seite. Und das Ziel ist, 21 Tage das Handgelenk nicht zu wechseln. Okay, ja, das könnte ein bisschen dauern. Das könnte ein bisschen dauern, aber das ist wirklich, es geht übrigens auch, wenn jemand... Das finde ich genial, die Strategie kannte ich immer nicht. Aber das dauert anscheinend, das kommt aus der Gehirnforschung mit den 21 Tagen. Es gibt auch die 66 Wiederholungen. So lange dauert es, bis man das irgendwie wirklich verinnerlicht hat. Wenn jemand kein Armband trägt, also ein Never-Ever-Armbänder trägt, dann geht es auch mit einem Stein in der Hosentasche. Zum Beispiel. Oder du kannst auch an der einen Seite einen Ohrring tragen und den wechseln. Also wie gesagt, es geht nicht, gibt es nicht. Das Armband ist einfach eine Idee. Und ich habe gerade gedacht, auch cool, ich bin ja so ein Fan davon, auf bestimmte Wörter zu verzichten. Und nehmen wir mal nur das Wörtchen Aber. Ja, statt Aber gleichzeitig zu sagen, auch damit könntest du das machen. Ist ja wie so eine 21-Tage-Challenge. Absolut, ja. Und heutzutage heißt es halt Challenge. Ja, heutzutage heißt es Challenge. Für sowas kannst du das natürlich auch nutzen. Also unsere Strategien kannst du natürlich durchaus für dich auch umformen. Das mit dem Gummiband gefällt mir sehr. Dann zum Thema Liebe. Liebe ist ja ein Bedürfnis und kein Gefühl. Auch zum Thema Selbstliebe. Du hast es im ersten Teil erwähnt, kurz das innere Kind. Ich hoffe, dass die meisten Zuhörer jetzt schon mal so eine Vorahnung haben mit dem inneren Kind. Ist mir auch egal, wenn nicht. Es ist die Puppe, die ihr habt für das innere Kind. Also es ist ja quasi die kleine Daniela oder die kleine Kathi. Und dass du lernst, dieses innere Kind, deine kleine, besorgst du eine Puppe oder hast vielleicht auch eine zu Hause. Und die kriegt einen Platz in deinem Bett, richtig? Ja, oder ganz nah. Das muss, glaube ich, nicht das Bett sein. Da geht es eher wirklich um diese... Das hat mir so gefallen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich denke es mir. Es geht im Prinzip darum, zu dem inneren Kind oder zur kleinen Kathi und zur kleinen Daniela so liebevoll und so wertschätzend zu sein, wie man mit den eigenen Kindern ist, im Optimalfall. Oder wie man gern sein möchte, weil man dann geheilt in dieses ganze Aufgabengebiet der Mutterschaft und Vaterschaft irgendwie reingeht. Es ist, behandle dich auch so, wie du behandelt werden möchtest. Ja. Und wie du andere behandeln möchtest. Und diese Puppe, mit der kannst du sprechen, die kannst du anziehen, die kann mit an den Tisch kommen, wie auch immer. Also das klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren. Ich finde es super genial, weil du, das ist dann Teil von dir und du fängst an, dich darum zu kümmern. Ja, es ist ja auch Teil von Gesprächstherapien immer so, die eigenen, man hat ja mehrere Persönlichkeitsanteile immer, die mit einzubeziehen, beziehungsweise auch wirklich da sein zu lassen und damit zu arbeiten, dass man eben nicht nur die Erwachsene, Erfolgreiche oder wie auch immer Person ist, die man halt jetzt gerade darstellt. Genau. Ich habe zur Selbstliebe auch gerne Meditationen. Ich mache ja gerne so drei, vier Minuten Meditationen. Was empfiehlst du denn? Und zwar habe ich dann einen Glaubenssatz, dass ich mich so annehme, wie ich bin mit all dem, was ich mitgebe. Und den atme ich quasi. Okay. Und den sage ich mir die ganze Zeit. Und ich stelle mir gerne einen Wecker am Handy, so vier Minuten, damit ich mich einfach, ich weiß, ich werde wieder rausgeholt. Und ich finde immer so, diese zehn Minuten Meditationen sind mir manchmal zu heftig. Und dann mache ich eben gar nichts. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, weißt du was, wieso muss ich die denn zehn Minuten machen? Wer sagt denn das? Na, muss ich ja gar nicht. Und dann mache ich lieber drei oder vier Minuten statt gar keine. Ja, das finde ich klug. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ich will aber nur zwei Minuten, dann machst du halt nur zwei Minuten. Und wenn jemand sagt, ich will aber zehn Minuten, dann mach doch bitte zehn Minuten. Das ist ja in dir unter Wecker, das ist in Geduld. Ja, genau. Okay, dann hast du in deinem Buch auch erwähnt und da kommen wir dann wirklich in diese täglichen Routinen, so eine Balance im Alltag zu haben zwischen, die meisten arbeiten, haben die Familie. Und du hast dann eben so ein paar Punkte aufgeschrieben. Du stehst 20 Minuten früher auf, du gehst einmal am Tag, glaube ich, an die frische Luft. Hilf mir mal eben. Weißt du, was du so täglich machst, Daniela? Ja, ich weiß, was ich täglich mache und ich weiß, dass ich im Moment es nicht immer schaffe, früher aufzustehen, weil es natürlich immer darauf ankommt, wie das insgesamte Gefüge gerade an einem zehrt. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, ich kann in den ersten 30 Minuten meines Tagesstaats, also wenn ich gerade aufstehe, es auf den Tod nicht ausstehen, wenn ich da schon mit irgendwelchen Konflikten und Streitereien konfrontiert bin. Das ist als Mutter natürlich... Ja, ich kann wirklich ganz schwer damit umgehen und daraus ist das entstanden, dass ich einfach vorher aufstehe und einmal so weit erwache, dass ich ihnen zumutbar bin und dass ich mir sie aber auch zumuten kann. Also für mich zum Beispiel unvorstellbar, vorher aufzustehen. Mir ist mein Schlaf so unglaublich wichtig, gerade morgens. Wobei, wenn ich aufstehe, bin ich sofort am Start. Also ganz anders als du übrigens, obwohl wir ja beide Jungfrau sind. Ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Aber das eben manchmal eben doch nicht. Und ich habe entdeckt, für mich Yoga, täglich ein paar Yoga-Übungen, mal mehr, mal weniger. Also ich habe so ein Minimum am Tag, was ich so für mich mache. Nee, eben nicht. Ich dachte immer, ich mache das morgens, weil ich so ein Morgensmensch bin. Ich war schon früher, als ich geritten bin, immer morgens im Stall, immer morgens, morgens, bis ich rausgefunden habe, ich mache es halt morgens nicht, weil es mir so auf den Keks geht und habe angefangen, es abends zu machen. Und damit bin ich total happy. Aber dafür brauchte ich echt ein bisschen. Auf die Idee zu kommen, das abends zu machen. Es war immer so, ich mache das doch nicht abends. Nein, das mache ich natürlich morgens. Und ich habe es morgens nicht gemacht und war immer total frustriert, bis ich überlegt habe, Herrgott, Kathi, ich weiß, dass das das für mich ist, was ich brauche. Das wusste ich schon. Nur offensichtlich morgens eben nicht. Versuche es doch einfach mal an einem anderen Zeitpunkt. Jetzt überlege ich sogar schon, ob ich mir im Büro eine Yogamatte installiere, weil ich mir vorstellen könnte. Wollte ich gerade sagen. Aber ich bin im Prozess, Daniela. Du musst ja auch noch irgendwelche Ziele und irgendwelche... Naja, natürlich. Was machst du noch in deinem Alltag? Ich versuche genug Wasser zu trinken. Das beginnt nämlich auch schon morgens. Also das ist in diesem Ding drinnen. Das fällt wieder in diese ungeliebte Kategorie Selbstfürsorge, auch der körperlichen Bedürfnisse nachzukommen. Weil sobald die Kinder dann wach sind, hungrig sind, naja, nein, nicht genug. Weil die dann, die wollen was, und dann muss ich die Jausenboxen herrichten und dann werden... Die was boxen? Die Jausen. Die Jausen? Ja, Jausen. Brotboxen? Brotboxen. Ah, okay. Butterbrot kommt auch rein manchmal, ja. Also Brotboxen herrichten und die Schultaschen kontrollieren, die Kinder anziehen und... Zack, zack, zack. Und schon sind drei Stunden vergangen. Ja, genau. Du hast nicht einen Schluck Wasser getrunken. In der Zwischenzeit sind die Kinder pünktlich in der Schule und im Kindergarten. Manchmal trage ich ihnen die Boxen dann auch noch nach, wenn sie es wieder zu Hause stehen lassen. Und getrunken hast du immer noch nichts? Und dann ist es 9.20 Uhr und ich habe noch nichts getrunken und das kann nicht sein. Weil da ist mir dann irgendwann die Zunge so... Ja, nur, was ist jetzt deine Strategie? Was machst du? Stellst du dir überall Gläser Wasser hin oder was? Nein, ich stehe auf und trinke lauwarmes Wasser gleich mal. Das mache ich übrigens auch. So. Das Erste, was ich mache. 350, 400 Milliliter. So viel? Ja, nicht auf einen Ding, aber sowas geht. Ja, es wird gleich angefüllt und hingestellt. Ihr seht schon, wir tauschen uns hier gerade über unsere persönlichen Strategien aus. Also es ist durchaus interessant, auch mal mit anderen zu sprechen. Was machst du eigentlich? Also lauwarmes Wasser am Morgen ist für mich, ohne das fühle ich mich nicht fit. In meinem Zimmer übrigens einen Wasserkocher habe ich das Erste, was mir aufgefallen ist. Vor allen Dingen, weil ich immer eine Wärmflasche dabei habe, weil ich ständig kalte Füße habe und ich kann ohne Wärmflasche nicht schlafen. Deswegen ist das Erste, was ich checke, ob immer Wasserkocher auf dem Zimmer ist. Übrigens eine kleine Anekdote hier aus dem Hotelzimmer. Okay, trinken. Was noch? Im Alltag. Also ich meditiere einmal am Tag. Ich meditiere nicht, aber das könnte ich mir, also das gefällt mir. Und guck mal, mein aktuelles IGTV ist natürlich, wenn die Folge jetzt rauskommt, schon viel älter. Da habe ich eine Meditation vorgestellt und zwar dein Lächeln. Die liebe ich. Und zwar meditierst du dein eigenes Lächeln einmal durch den ganzen Körper. Die mache ich morgen. Reichen zwei Minuten. Ja, schön. Schenkt mir. Macht mir eine kleine Sicherheit mit. Mit Sicherheit. Bei mir ist es so, dass ich wirklich meinen Alltag, also meinen Arbeitsalltag jetzt nicht als belastend, sondern als sehr wertvoll empfinde, was mir die ganze Sache relativ leicht macht. Also für mich ist es immens wertvoll, dass ich das arbeiten kann, was ich will. Das Kreative und dass ich mein eigenes Projekt irgendwie umsetzen kann. So empfinde ich es nicht, dass ich muss jetzt arbeiten gehen, sondern es ist für mich wirklich wichtig, dass ich das für mich tue. Dinge, die dann so dazukommen, wie so Haushalt und so Supermarkt und so. Das habe ich ja zum Beispiel, der Supermarkt ist an meinen Mann abgegeben. Ja, das sind ja Dinge, die versucht man dann halt irgendwie auszulagern oder zu delegieren. Naja, weil ich sage mal, da kommen wir ja auch in die Aufgaben in der Familie, also wirklich mal zu gucken. Das habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen, sich hinzusetzen mit allen, die schon verfügbar sind. Ja, so hängt vom Alter ab. Der Ehemann oder Partner ist es definitiv. Was gibt es überhaupt alles für Aufgaben und welche mache ich eigentlich lieber und welche mache ich nicht so gerne? Da haben wir auch eine Liste dazu im Buch sogar. Die habe ich gar nicht gesehen, da habe ich das doch inhaliert. Wo man wirklich eintragen kann, wer macht was und am Ende wird man dann erkennen, wie das Ganze verteilt ist und dann kann man sich überlegen, wie man das umverteilt. Na und wichtig ist bei der Tabelle auch dann nachher zu gucken, wenn man das umverteilt, wer macht denn was lieber? Ja, auf jeden Fall. Man kann dann Ministerien vergeben. Ja, genau. Weil ich finde, das ist auch so ein Impuls von der Linda gewesen vor vielen Jahren irgendwann, wo sie gesagt hat, und das stimmt natürlich, weil wenn man ein Minister für etwas ist, dann ist das so wichtig, dann ist einem das einfach auf den Leib geschrieben. Ich bin übrigens der Wäscheminister, was dazu führt, dass ich öfter was verwasche, das wiederum gefällt meinem Mann nicht, nur irgendwie ist es mein Posten. Und ich übe mich, ich übe mich wirklich meinen Ministerposten. Jetzt musst du ja keine perfekten Minister, nicht ausschließlich perfekte Minister. Gibt es selten übrigens. Mein Mann vergisst auch manchmal Dinge einzukaufen, obwohl er doch weiß, dass ich die brauche. Übrigens, das ist auch interessant, seitdem mein Mann für die Einkäufe zuständig ist, gibt es keine Einkaufsliste mehr. Bei mir gab es immer Einkaufslisten, ich bin so aufgewachsen, meine Eltern bis heute schreiben jeden Pups auf. Ich finde das faszinierend, mein Mann geht ohne Liste einkaufen und es ist meistens immer alles da. Ein Phänomen, also der gemachte Einkaufsminister. Du machst auch keine Liste? Nein, ich mache nur Liste, wenn ich Dinge für einen Mann einkaufen muss, die vergesse ich gar nicht. Dabei bist du doch Jungfrau. Bier und Schokolade. Also wieder was gefunden, was wir anders machen. Also guckt mal bitte im Alltag, was ihr für euch machen könnt. Und wie gesagt, das kann eine Zwei-Minuten-Meditation sein, das kann eine Yoga-Übung sein, das kann ein Glaubenssatz sein, den ihr euch einpackt, das kann das Glas warme Wasser sein. Ja, mein Gott, da gibt es wirklich Abermillionen-Sachen. Das wäre jetzt, wir wissen auch gar nicht alle. Wir kennen ja auch nur die, die uns noch welche ein. Mit Sicherheit. Ich würde gerne noch über zwei Sachen sprechen. Und zwar einmal ist es dieses Bedürfnis nach Kooperation, dass die Kinder mitmachen. Und das habe ich ganz oft in meiner Beratung. Und klar, das gibt ja auch viel Leichtigkeit, wenn alle mitmachen. Und da habt ihr in eurem Buch vorgestellt, sich die Wohnung mal genauer anzugucken. Und das hat mir sehr gefallen. Ja, genau. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass meine Kinder versucht haben, relativ früh irgendwie selbst was hinzubekommen. Beziehungsweise die Große war ja drei, wie die Kleine auf die Welt gekommen ist. Und es war dann wirklich hilfreich, dass die sich einfach die Schuhe und die Jacke selber anziehen konnten. Das heißt nicht, dass das Kind das auch will, das ist wieder was anderes. Ja, aber das wurde dann irgendwie erleichtert, als wir begonnen haben, wirklich die Haken runterzusetzen. So, darauf will ich hinaus. Genau. Und ein eigenes Körperl zu richten, wo nur ihre Handschuhe und Schalz drinnen waren. Und die Schuhe, da haben wir dann so, wie heißt das, wenn man die Schuhsohlen so nachzieht auf einem Buntpapier, dass man so den Abdrück irgendwie hat. Genau. Da haben wir dann die Abdrücke auf einen Karton geklebt mit bunten. Sie hat sich eine Farbe ausgesucht. Und da war dann klar, wie die Schuhe hingehören. Nämlich auch in richtig herum, nicht verkehrt herum. Ich schicke dir mal, wenn ich am Sonntagabend wieder zu Hause bin, ein Foto von unserem Flur, von den Schuhen. Wir können da auf jeden Fall zu Hause noch dran arbeiten. Wir im Moment auch, aber im Moment scheitert es eher immer so an Faulheit oder so. Ja, nur wirklich mal zu gucken. Damals war das wirklich für mich wahnsinnig alltagserleichternd, weil mit umgeschnalltem Tragebäby, das gerade ein paar Wochen alt war, sich dann runterzubücken, weil die Große die Schuhe verkehrt anhat oder sie nicht findet oder so. Das ist natürlich, das stresst alle, weil dann ist man irgendwie komplett nassgeschwitzt, bis man überhaupt aus der Tür raus ist und hat das Kind schon geschimpft, obwohl sie überhaupt nichts dafür können. Weil wenn das sein Schuh nicht findet, das ist ja nicht... Ja, es ist halt nur super anstrengend. Genau. Sich um alle zu kümmern, der Schweiß läuft hinten runter. Und die Kinder, also das ist ja so ein bisschen in diese Montessori-Richtung geh. Ja, hilf mir selbst zu tun. Genau, das Kind so weit zu ermächtigen und zu unterstützen, dass es einfach seine Dinger selber kriegen kann. Also wir reden ja jetzt nicht davon, dass ihr die Wohnung komplett renoviert, sondern was sind Kleinigkeiten. Genau. Also ich meine, das mit den Schuhen zum Beispiel, das kann ich jetzt wieder nicht. Ja, ich meine, Kleiderhaken auf die Höhe bringen, das ist jetzt sicher nicht neu. Und da würde ich mal sagen, da gibt es im Internet auch wirklich Blogs dafür, die ganz viele Leitungen haben. Ich habe die Sachen ja natürlich auch nicht erfunden, sondern ich habe mir halt auch sowas gesucht, weil ich eben das Gefühl hatte, das wird leichter werden. Also wir haben eine Zeit lang im Badezimmer so einen kleinen Stuhl gehabt, der war umgebaut, also da war ein Loch in der Sitzfläche mit so einer kleinen Wasserschüssli, also einem Fressnapf von einem Hut oder so. Um quasi das Waschbecken auf eine sinnvolle Höhe zu bringen, das war später dann so eine Matschküche und so. Und Kinder wollen ja, die wollen ja selbstständig werden. Ja, die wollen so unbedingt mitmachen. Ganz viel selber machen, wenn man es ihnen dann abtrainiert und so, na lass das, ich mache das und ich mache das selber, dann braucht man sich nachher mit fünf nicht zu wundern, dass die das Geschirr nicht selber in den Geschirrspüler stellen, freiwillig. Genau. Und dazu kommt natürlich auch noch das Vorleben, räum halt einfach deinen Geschirrspüler, das Kind wird animiert sein, es dir nachzumachen. Genau. Also in dem Alter auf jeden Fall. Und wenn dir das Bedürfnis nach Mitmachen, Kooperation wichtig ist, guck doch mal, wie du die Umgebung schaffen kannst, dass es deinem Kind einfach viel leichter fällt, mitzumachen und zu unterstützen. Oder? Genau. Ja. Gut. Mein Gott, das waren jetzt aber schon ein Haufen Strategien. Ja, hast dein Boulevard eh schon verschossen. Na, na, ich hätte noch so viel. Nur, ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende. Das Wichtigste zum Schluss. Ich möchte ungern, dass jetzt jemand überfordert ist. Und auch das erwähnst du in eurem Buch. Fang mal mit einem an. Weißt du noch, mit was du angefangen hast? Mit welchem Bedürfnis, Strategie? Nein, das weiß ich nicht mehr. Das war so ein langer Prozess. Das ist auch so schleichend. Also such dir mal. Ich glaube, das ist auch ganz individuell, weil wie du sagst, jedes Bedürfnis ist so individuell in seiner Gewichtung, dass man das jetzt gar nicht so kann. Nee, also wirklich zu gucken, was hast du dir rausgesucht und welche Bedürfnisse möchtest du dich kümmern bei dir? Such nach Strategien. Probier auch aus. Also es kann auch sein, dass du jetzt fünf Strategien ausprobiert. Alles kacke. Wir bleiben dabei. Geht nicht. Gibt es nicht. Du wirst eine finden. Das heißt noch lange nicht, dass die die Strategie ist, die dein Leben lang die ist, mit der du dich wohlfühlst. Es kann sein, dass nach vier Wochen oder nach einem halben Jahr du eine andere, eine neue brauchst. Manche Strategien entwickeln sich automatisch, auch gestalten die sich um. Also probier bitte aus und fang doch mit einer Sache an und guck mal. Das Wichtige ist bei diesen Strategien, dass du es regelmäßig machst. Also wirklich so eine Alltagshygiene, wie wir auch über unseren Alltag kurz gesprochen haben. Das ist, glaube ich, wichtig, weil jeder, der jetzt dann anfängt, ja, jetzt mache ich alles, jetzt ändere ich alles und jetzt mache ich es ganz, jetzt mache ich, wir können ja auch noch anfangen, das, das und das mache ich und die ganze Wohnung gestalten. Also vier Tage und dann wird alles. Noch nicht mal. Ja, da fängst du im Geworf. Ja, genau. Also die Freude ist das Wichtigste dran. Du machst es für dich und für deine Familie, für deine Kinder. Und dann am Ende vielleicht mal, kannst du ja mal ein Ziel setzen, so in einem halben Jahr oder so, machst du nochmal einen Test, wie viel du meckerst. Und dann bin ich gespannt auf das Ergebnis. Ich auch. Da hätte ich jetzt schon fast Bock, darauf aufzurufen bei Instagram. Ich denke mal drüber nach. Und dass wir auch mal die Ergebnisse sehen, weißt du? So ein Track, Tracker ist das, ne? Genau. Na gut. So, wir schlafen jetzt hier gleich ein. Ich würde sagen, wir sind fertig. Wir haben viele Strategien gegeben und ihr wisst ja, es gibt Abermillionen. Sucht euch eure Strategie aus. Meine Strategie jetzt ist definitiv schlafen. Meine auch. Deine auch. Du fährst nur heim. Ja, eben. Obwohl das Bett ist ja eigentlich recht groß, oder? Wir könnten auch zu zweitisch. Aber es gibt allerdings nur eine Bettdecke und ein Kopfkissen. Daniela, überleg es dir. Ich bin ein Bettdeckenklauer, kann ich dir gleich sagen. Daniela, ich danke dir so sehr, dass du hier teil warst in meinem Podcast und für die vielen Impulse. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Hast du noch was auf Lager oder bist du durch? Ich bin durch. Alles klar. Ja. Dann riesen Dankeschön und euch da draußen viel Freude beim Selbstlieben, um euch kümmern. Ja, selbst um euch kümmern, das tut gut. Habt euch lieb. Ciao, ciao, bis bald. Ciao. Ciao. Und jetzt zum super Rabattcode von Blinkist für dich. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach mal auf blinkist.de slash familieverstehen. Also Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T und Familieverstehen wird kleingeschrieben und zusammen. Ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes dieser Folge und hier nochmal für dich blinkist.de slash familieverstehen. Und ich habe aktuell die Blinks von Gelassen durch den Alltag von Oliver Patterson auf dem Ohr. In neun Blinks werden mir da praktische Übungen für mehr Leichtigkeit und Gelassenheit im Alltag vorgestellt. Und ich habe tatsächlich schon zwei davon in meine Alltagsroutine integriert. Hör am besten gleich mal rein. Vielen Dank an Blinkist für die Unterstützung an dieser Stelle und für dich nochmal exklusiv. 25% für ein Premium-Jahresabo auf blinkist.de slash familieverstehen. Viel Freude damit. Ja und jetzt zur Überraschung für dich. Auf meinem Instagram-Account darf ich zwei Exemplare von Danielas Buch verlosen, welches sie zusammen mit Linda Syllaba geschrieben hat. Die Schimpf-Diät. Ein Buch voller Strategien gegen Meckern. Wirklich eine Schatzkiste, das Buch. Und die Verlosung findet Ostermontag am 13.04. statt. Und du findest mich bei Instagram unter kthiweberherzenssache. An dieser Stelle natürlich auch ein fettes Dankeschön an Daniela für unseren Austausch und alle Links zu Daniela selbstverständlich in den Shownotes dieser Folge. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Und falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst, dann kann ich dir meine Beratung sehr ans Herz legen. Alle Links zu meinen Angeboten findest du in den Shownotes. Und wichtig, für alle Herzenskletter-Abonnenten gibt es ein Freebook, GFK in Kindersprache als Begrüßungsgeschenk. Ich packe dir das alles in die Shownotes. Und ja, du möchtest mich bei meiner Vision so viele Eltern wie möglich mit der gewaltfreien Kommunikation zu erreichen, unterstützen, dich bei mir für meine kostenfreien Impulse bedanken oder mir deine Wertschätzung ausdrücken, dann schnapp dir ein Apple-Gerät, lad dir die Apple-Podcast-App runter und abonniere meinen Podcast Familie Verstehen. Gib mir fünf Sterne und hinterlass eine Rezension. Damit hilfst du mir wirklich unglaublich, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ich freue mich über jede Unterstützung wie ein kleiner Keks. Und danke dir von Herzen, falls du bereit bist, mich zu unterstützen. Und freue mich auf dich, egal wo. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati Deine Kati